Das Gepäck der Kindheit abladen. Ich lade Sie dazu ein, dass Sie eine ganz bequeme Körperhaltung einnehmen. Das kann je nach Befindlichkeit oder Tageszeit entweder im Sitzen sein oder im Liegen. Es sollte aber keineswegs beim Laufen oder Gehen sein. Versuchen Sie, soweit es möglich, innerlich zu entspannen. Als nächstes, wenn Sie mögen, verbinden Sie sich, soweit es geht, mit Ihrer Atmung. Denn Ihre Atmung bringt Sie sofort in die Gegenwart und verbindet Sie mit sich selbst, mit Ihrem Inneren. Wenn Sie mögen, als nächstes, lade ich Sie dazu ein, dass Sie ganz tiefen Atemzug nehmen und beim Ausatmen das laut Om tönen. Ganz nach Ihrem Tempo und so oft, wie es Ihnen heute gut tut und stimmig ist. Einatmen ganz tief und ausatmen. Vielleicht spüren Sie jetzt, welche Teile Ihres Körpers den Boden, das Bett oder die Sitzunterlage berühren und nehmen Sie auch wahr, wie die Wellen des Atems durch den Körper strömen. Vielleicht mögen Sie auch spüren, ob gerade alles in Ihnen ganz frei und gelöst ist. Und wie ein Buch einen Titel hat oder ein Mensch einen Namen, können Sie dem, was immer Sie da wahrnehmen, einen Titel, eine Überschrift oder einen Namen geben. Dann wählen Sie für diese Sache in Ihrer Vorstellung eine passende Verpackung. Ich lade Sie dazu ein, dass diese Verpackung eine Ihrer 5000 Rücksäcke am Rücken aus der Kindheit ist. Sie können es ausmalen, wie dieser Rücksack aussieht, welche Farbe es hat, ob der Schnallen hat oder können Sie das auch mit einem Schloss absperren. Oder ist das vielleicht aus einem Karton, ist es hart unten am Boden oder ist das dieser ganze Rücksack eher weich und formlos. Und wenn Sie diesen Rücksack vor Ihren Augen erscheinen haben, dann packen Sie Ihr Thema hinein und schließen Sie diesen Rücksack. Wie Sie wahrnehmen, Sie tragen ja mit all den 5000 Rücksäcken jetzt auch das Thema erneut an Ihrem Rücken. Spüren Sie ihn in sich hinein. Wie fühlt sich das an? All diese Hinweise, Warnungen und Vorbote, Verbote, Vorwände, Einwände, Vernichtungen aus der Kindheit. Wie fühlt sich das in Ihrem Körper an? Wenn Sie diese 5000 Rücksäcke an Ihrem Rücken sehen und spüren, wie geht es Ihnen? Und jetzt lade ich Sie dazu ein, sich ein bisschen zu befreien. Und zwar genau den Rucksack, den Sie gerade gefüllt haben, werden wir an einen anderen Ort bringen. Suchen Sie in Ihrer Vorstellung jetzt einen guten Ort dafür und legen Sie diesen Rucksack in einem stimmigen Abstand zu sich ab. Das ist jetzt mal Schritt 1. Es soll so weit sein, dass Sie frei atmen können. Aber nur gerade so nah, dass Sie es gerade noch sehen. Und jetzt können Sie noch mal gedanklich nachprüfen, ob dieser Rucksack mit dem Thema gut verschlossen ist, ob Sie das richtig gut zugemacht haben. Und vielleicht spüren Sie bereits, dass Sie durch dieses Abladen und von Ihnen in einem bestimmten Abstand zu platzieren, keine Verbindung mehr zu Ihnen besteht. Prüfen Sie jetzt noch mal nach, ob dieser Abstand zwischen Ihnen und dem, was Sie verpackt haben da drin, wirklich stimmt. Das wäre jetzt Schritt 2. Dass Sie ganz in Ihrem Körper spüren, ob das weit genug ist, beziehungsweise nur so nah genug, dass Sie das noch kontrollieren können. Und wo Sie gar keine Verbindung mehr zu sich selbst spüren. Und jetzt gehen Sie nach dem gleichen Schema mit noch einem weiteren Thema vor und verpacken Sie in den zweiten Rucksack von den 5.000 auf Ihrem Rücken. Da hängen jetzt nur noch 4.999, denn einen haben Sie ja schon ganz erfolgreich abgeladen. Und das zweite Thema können Sie auch wunderbar in den zweiten Rucksack, den Sie auswählen, ganz schön reinstopfen und so fest und zugepackt dort mit reintun, dass es nicht mehr rauskommen kann. Vielleicht sehen Sie ja vor sich diesen zweiten Rucksack, welche Farbe den hat und ob das wird ein anderes Material besitzt als der vorige. Und vielleicht schließen Sie ja dieses Thema gleich mit einem Schloss ab, damit es Sie nicht mehr behelligen kann. Und legen Sie auch diesen Rucksack reichlich weit von Ihnen ab. Prüfen Sie, wie die Entfernung für Sie jetzt ist. Konnten Sie diese Wirkung und diese Verbindung von diesem Thema zu Ihnen richtig lösen? Sie können ja gern nachjustieren. Nehmen Sie diesen Rucksack und schieben Sie noch eine Weile weg. weiter weg von Ihnen. Vielleicht brauchen Sie das auch gar nicht mehr prüfen und kontrollieren, sondern so weit es nur geht, schmeißen Sie ganz weit von Ihnen weg. vielleicht entsteht in Ihnen aber auch das Bedürfnis, dass Sie diesen vielleicht ganz besonders schweren Rucksack einfach an eine bestimmte Person zurückgeben und Sie schmeißen diesen Rucksack dorthin, wo Sie am liebsten haben wollen. und hier ist natürlich alles erlaubt. Das sind ja in Ihren Gedanken und es ist wichtig, dass Sie diese Themen aus der Kindheit auch energetisch aus Ihrem Geist und aus Ihren Gedankenwelt abgeben und an diejenigen zurückgeben, zu denen das gehört. Lade Sie dazu ein, dass Sie nochmal in sich rein spüren. Wie führt sich das an für Sie? Nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge. Ist vielleicht Ihre Atmung ein bisschen befreiter? Ich lade Sie dazu ein, dass Sie nochmal einen Blick auf diesen zwei Rücksäcke werfen, die jetzt schon mal von Ihrem Rücken weg sind. Sie haben sie ja weggeschafft. Und dass Sie diese Distanz zu diesen Rücksäcken, die sind ja wahrscheinlich verschiedene Distanzen, aber dass Sie sehr gut abspeichern, die sind jetzt nicht mehr, die gehören nicht mehr zu Ihnen und die sind jetzt nicht mehr in Ihrem Energiefeld. Sie können nicht mehr auf Sie wirken. Und wenn Sie immer wieder diese Rücksäcke, weil Sie werden sie ja auch weiterhin sehen, aber sich melden und etwas wollen, dann fragen Sie mal, was denn diese Themen in den Rücksäcken, diese Seiten von Ihnen an Bedürfnisse haben. Was möchten denn diese Seiten, diese kindliche Seiten von Ihnen in den jeweiligen Situationen? Und vielleicht mögen Sie zu diesen Themen auch bildhaft sprechen oder gedanklich eine Unterstützung geben und diese Themen, diese Seiten von Ihnen auch versichern, dass ab jetzt Sie, die erwachsene Annika, für Sie da ist und dass Sie deshalb nicht mehr aktiv sein brauchen, weil diese Situationen vom Frühjahr nicht mehr gibt. Und Sie können sich sozusagen sogar schlafen legen. Als nächstes lade ich Sie dazu ein, dass Sie erneut ein paar ganz tiefe Atemzüge nehmen und Ihre Hände vielleicht auf Ihren Unterbauch legen, wo die Geborgenheit wohnt und Sie versuchen diesen Ort mit Ihren Händen zu wärmen und Sicherheit dort zu geben und dass Sie Ihrem Körper vielleicht versprechen, dass Sie nach und nach all diese 4.998 Rücksäcke aber nach und nach alle ablegen und dass Sie zu Ihrem Körper nur mehr liebevoll und wohlwollend verhalten und begegnen und dass Sie für all Ihre innere kindliche Seiten und Anteile da sind, dass Sie zuhören und dass Sie um Sie sorgen und nicht verdrängen und nicht ignorieren, sondern Sie können Sie auch liebkosen oder umarmen. Sie können sich vielleicht auch jetzt einfach umarmen ein wenig so dass es angenehm anfühlt und sich in eine Art Sicherheit und Geborgenheit hineinwiegen. Vielleicht mögen Sie sich auch ein wenig hier wiegen und schaukeln für Ihr Nervensystem und als nächstes nochmal nachspüren wie das jetzt in Ihrem Körper in Ihrem Brustkorb in Ihrem Herzen und vor allem im Unterbauch wie das Ihnen jetzt ergeht. und ich lade Sie dazu ein dieses Gefühl auch mitzunehmen für die Zeit bis Sie diese Imagination wieder anhören damit er Sie weiterhin noch nähert und Ihnen auch ein Zuversicht gibt dass diese ganze Rücksäcke der Kindheit nach und nach abgeladen werden und Sie nicht mehr belasten und wenn Sie jetzt mögen dann als nächstes könnten Sie sich mit Ihrer Atmung nochmal verbinden ein bisschen lauschen und zuhören wie jetzt im Moment Ihre Atmung ist und als nächstes zwei, drei ganz tiefe Atemzüge nehmen und seufzen damit diese Entlastung nach dem Ablegen der Rücksäcke auch durch den Atem befreit ist und Sie können sich langsam bewegen die Finger Ihre Beine Ihre Füße und langsam dann zurück in den Raum kommen sich orientieren oder wenn Sie mögen einfach in den Schlaf gleiten Somit ist jetzt die Imagination die Rücksäcke der Kindheit abladen abgeschlossen an die die mit him Vielen Dank.